Und jetzt, glaube ich, übergeben wir das Wort dem Matschit und gehen weiter in unserem Workshop, oder? Ja, danke. Antoine de Saint-Exupéry hat ein Buch geschrieben, heisst der Kleine Benz. Und da drin sagt, man kann nur mit dem Herz gut denken. Man fiehlt nur mit dem Herzen gut. Wahnsinn. Und das ist eine Herzanlage, die produziert diese Herzenergie. Damals habe ich in der Wüste Salat gepflanzt und das verschenkt ein Hektar, um eine Wirtschaft in die... Das war vor Jahren. Und man hat einen Artikel über mich geschrieben, wie like a Salat. Das heisst, werde wie ein Kopfsalat. Weil der trägt sein Herz im Kopf. Im Moment haben wir Dualität. Kopf ist da, Herz ist da unten. Deshalb haben wir diese Situation einfach. Und diese Anlage hier macht eine Symbiose ein. Dass man wirklich im Herzen verankert ist. Ich werde dann später auf die Einzelheiten Fragen beantworten, wie es dazu kam, was die bewertet und wo sie überall eingesetzt worden ist. Ich kann nur sagen, im Moment schaut auf Algerien. Ich habe seit acht Monaten angefangen, diese Technik da einzusetzen. Obwohl die erste Technik ist von 2005. Da ist der Terrorismus-Gewalt runtergegangen. Das kann man alles nachlesen. In den Zeitungen und so. Und jetzt seit sechs Monaten in Algerien herrscht die beste, größte, friedlichste, harmonische Demo, die die ganzen Oligantien und so was im Moment sind, um diese Diktatur einfach runterzumachen. Und vorgestern, Freitag, waren 35 Millionen Altunner auf die Straße überall. Es hat mit sieben Millionen gehabt. Und diese Demonstrationen sind jetzt im Buch Guinness der Rekorde reingekommen. Weil sowas hat die Welt noch nie gesehen. Und dank dieser Arbeit, dieser friedlichen Arbeit. Und später, Hanin, das ist mein Sohn, der ist Arzt in Zürich. Und der kümmert sich um den ganzen Ablauf und alles. Und wenn ich keine Zeit habe, das heißt, für die Konsumität, für die Harmonie, der ist bestens einfach involviert. Der war in China, der ist Shaolin-Meister, der ist Arzt, erkennt sich mit diesen Energien einfach, spricht viele Sprachen und vor allem, ja. Okay? Fragen? Vielleicht kannst du nochmal die Essenz sagen. Es sind heute neue Leute dabei. Ja genau, die zwei Jungen, sehe ich gerade. Muttermann und natürlich der Christian. Wir können vielleicht näher kommen und du kannst nochmal die Essenz sagen. Ich habe damals in Algerien und Führer herrschte mit diesen Arbeiten, um meiner Land, mit meinem Wissen zu helfen. Es gab kein Regen, kein Wasser, Armut, obwohl Algerien ein reiches Land war. Dann habe ich mich mit den Techniken von Wilhelm Reich und ich wollte dieses Regengerät auch da machen und ich habe gesehen, Wilhelm Reich hat mit riesen Stauseen gearbeitet und die Negativität, die in der Luft liegt, er nennt das Dorf, ich nenne das radiative Materialien oder Schwingungen, die da sind. Und ich konnte nicht ohne Stauseen gearbeitet, dann bin ich dann ans Werk gegangen und ich wollte ein Wasser haben, das war ungefähr fünf Mann, fünf und ein Meter zwanzig hoch, habe ich mit Wasser befüllt und dann habe ich intuitiv gearbeitet. Und dieses Wasser, weil es verseucht sich sehr schnell, wenn man das Gerät von Wilhelm Reich einstellt, dann dachte ich, ein Schauberg, ja, ich habe das Wasser gewirbelt. Das ist das Prinzip, was ihr hier seht, das ist Dipol, wird magnetisch produziert, ein gewisser Strom, die Piezoelektrizität nennt man das. Dann kam mir auch Tesla im Sinne, das ist die Primärspule und das ist die Sekundärspule einfach hier, die das induziert wird und das Wasser immer in einem Zustand, sagen wir, levitiert ist, dass es nicht schnell wird. Das ist dann vivant, no vivant, ja, also lebendiges Wasser. Dann habe ich diese Blume des Lebens, die findet man in Abylus in Ägypten, die ist von Hermesstis, Megistus oder Atlanten, die findet man richtig eingraviert in den Pyramiden. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, warum, wie und dann, ich habe mich da auch reingeknickt und dann bin ich auf einen wunderbaren Mensch eingestoßen, Nassim Harawain, der diese Gravitationsfelder einfach studiert hat und gut erklären kann. Dann habe ich mich mit dem Torus befasst und dann habe ich das so gemacht, dass diese dynamisiert wird, diese Anlage und ein Torus produziert, das heißt eine Art Herz. Das ist ja die fünfte Kammer, Herzkammer, wie sagt man, wissenschaftlich betrachtet und diese reinigt. Die nimmt das Negative, verarbeitet es da im Zentrum, wird von der Erde genommen, weil die Erde ist auch ein Organismus, Gaia-Prinzip von Lobelor. Ja, und es nimmt nicht nur die Schwingung harmonisiert, es nimmt auch Partikel wie Chemtrails und was da sind. Also ich habe eine Anlage in Epps Österreich, kann jede besichtigen, in Kaiserslautern kann man auch, weil ich rede nicht gern von meinen Anlagen oder Werbung, das heißt, man geht da hin, seit wann haben sie die Anlage drei Jahre, was haben sie festgestellt, was können sie, oder hänge ich von mir, dass die Leute dann direkt an das Geschehen einfach sind. Und wo diese Anlage hier steht, erfährt man einen anderen, wie sagt man, Zustand sozusagen. Die Chakren öffnen sich langsam. Dazu gehört auch eine Zeremonie von Agni Otra, die reinigt auch den Körper, den Spirit, das heißt, man kommt schon auf andere Leben. Im Moment erleben wir das Wassermannszeitalter und es ist wichtig zu wissen, etwas ist wichtig, man muss schon schwingen auf eine höhere Ebene, durch Meditation oder vegetarisch oder ein bisschen anders sein, um davon zu profitieren. Die Leute, die nicht so weit sind, die sind noch in der Materie verankert, die werden nicht mitgenommen, ja. Das heißt, man muss schon, und diese Anlage hilft dazu. Wir werden nur sagen, kommt hier vorbei, ab und zu mal, tut euch an, beobachtet, was der Himmel zum Beispiel macht, was da passiert mit Tieren, mit Menschen. Und dann wird ihr dann feststellen, dass etwas da ist, ja. Okay. Vielleicht kann ich sagen, ich hatte einen Anruf und da war ein Mann und der hat mir gesagt, er hat einen Kollegen in Dresden und beim Flughafen Dresden steht eine Anlage und die haben ganz eindeutig festgestellt, dass die Kehntrails verschwunden sind. Und sie sagten, sie hatten sehr viel Hagel und das war manchmal sehr schwierig für die Flugzeuge und dass der Hagel, also dass das Wetter sich beruhigt hat. Also ganz eindeutige, positive Veränderungen. Diese Veränderung kann man jetzt nicht erfassen. Der Samuel damals, als er über die Homöopathie geschrieben hat, haben auch Leute Schwierigkeiten gehabt zu verstehen, was Homöopathie ist. Homöopathie ist, wenn ich ganz wenig Materie habe, habe ich mehr Energie. Das heißt, wenn man zehn Liter nimmt, ein Tropfen von einer Substanz schüttet und dann nochmal ein Tropfen, so um das tausendfache und man geht mit dem Tropfen ein Teelöffel, was weiß ich, hier an dem See, da hinten schüttet. Und man kann die Information auf der anderen Seite finden. Das ist alles entweder ich einfach nachgewiesen worden. Und in dieser Sache, wir sind in einer Welt, wo wir leider irgendwie die falsche Wege gegangen sind in den Forschungen. Der Schauberger hat es auch gesagt, wir bewegen falsch. Das heißt, wir haben uns interessiert an diese 0,00001, also 10 hoch minus 9, Materie, die wir hier erleben, sehen, interessiert. Und das 99,999 haben wir vergessen, weil wir das nicht sehen können. Und da haben die Probleme angefangen, weil, dass da diese Materie ist in einer Form, geometrisch, gestern habe ich den Film gezeigt, diese Energiepunkte, das Sichtbare deutet nur, dass das Unsichtbare viel stärker ist. Dass wir hier sitzen zum Beispiel und uns betrachten und so, wir haben Augen, ich habe gestern die Geschichte erzählt, Bionik ist auch eine Wissenschaft, die diese Art von Wissenschaften, man braucht nicht nochmal zu erfinden etwas. Die Natur hat alles erfunden. Wir müssen nur kapieren und dann kopieren. Das Texas Instrument hat 1984 beim Adler das Auge analysiert, er hat gesehen, dass das Adler-Auge aus kleinen Spiegeln besteht. Dann hat man die DLP-Methode vom Texas Instrument, deshalb verdanken wir, dass wir heute diese Smartphones haben. Sonst, damals müssten wir eine Lichtquelle, irgendwelche Linsen und dann Film nach dahin projizieren. So brauchen wir das nicht, weil wir haben kleine Spiegel, wir haben ein Licht, der reflektiert wird. Mit drei Spiegeln haben wir ungefähr 16 Millionen Farben auf dem Desktop oder so. Jetzt haben wir die 64 Spiegeln, da haben wir 4K wie diese Kamera und es werden immer mehr. Aber der Mensch hat noch viel mehr. Kann jemand mir sagen, aus wie vielen Spiegeln besteht ein menschliches Auge? Drei. Hm? Ungefähr. Drei. Es sind 85 Millionen Spiegeln in einem menschlichen Auge. Und hätten wir die Möglichkeit, das zu produzieren, lebendig wie es ist, bräuchten wir 72 Millionen Euro, um ein Auge zu machen. Jeder hat 140 Milliarden in sich. Ja, so ist perfekt die Natur einfach, ja, um zu verstehen, weil wir benutzen nur ein kleines Potenzial davon. Und das hilft uns jetzt auf 10 Prozent oder mehr zu kommen. Weil, wenn wir im Herzen sind, alles was wir erleben können, war, sozusagen verstehen und entdecken. Ich danke euch. Vielleicht kannst du noch etwas sagen, warum du den Platz da vorne gesagt hast, die große muss dahin. Du, ich kam vorbei, du warst ja dabei, plötzlich, ein Gänsehaut, ich habe den Platz gesehen und für mich war es klar. So etwas gibt es nicht erstens. Da habe ich meine Anlage da gesehen. Und dann dachte ich, ja, so ein Ort wie hier kommen viele Prominenz und, und, und. Dann von hier werden dann diese Schwingungen weiter an die kleinen Anlagen gegeben. Lincoln habe ich gestern erzählt. Er hat gesagt, ich fühle mich gut, wenn ich was Gutes tue. Und ich fühle mich schlecht, wenn ich was Schlechtes tue. In der Politik ist sowas selten. Das heißt, wir werden diese, diese schlechtes Gefühl in den Politikern, wenn die kommen und versuchen zu erzählen, was nicht stimmt. Das heißt, hinterher, die bereuen das. Das heißt, da kommt schon was, ein Problem. Und wenn dieses kommt, das heißt, viel erreicht. Das heißt, die kommen in die menschliche Phase, in die herzliche Phase, sozusagen. Und viele Politiker kommen hier. Und die nehmen etwas mit, eine Schwingung, die sie dann, wie eine Kerze laut, sie hat gesagt, statt über die Dunkelheit nicht zu schimpfen, zünde eine Kerze an. Aber Politiker zünden nicht nur eine Kerze. Die zünden und zünden anderen Kerzen. Und die anderen zünden auch, ja. Ja, und wir denken auch an die vielen Bässe aus der ganzen Welt. Ja. Noch etwas wichtiger, eine wichtige Frage. Du hast gestern die Übung gezeigt. Und wenn jemand das machen möchte, wo haben die eine Referenz, wo du das zeigst? Die haben das gefilmt gestern. Ihr kennt die CD von denen, oder ihr kennt das in Internet. Die Übung. Es wurde alles gefilmt. Dann kann er, also es ist einfach Magic Übung. Ich habe schon unter diesen Namen, aber es ist nicht so in der Qualität, wie er das da gemacht hat. Wo ist die Blume des Lebens in den Pyramiden? Das ist ein Film, wo er die Finanzen, die Politik, Kriege und auch diese Technik auch erkennt. Und dann zeigt er, wie das 2D, wie es aus dem 2D, das 3D-Wert und was es bewirkt und was es atmet. Also 3D, T-H-R-I-V-E. Es gibt in 7 Sprachen mittlerweile. Dauert 2 Stunden. Gutes Bier. Hinsetzen. Das ist ein Symbol, Blumen des Lebens, der Schöpfung. Ich habe gestern ein Film gezeigt, wo hier Gondel steht, wo Fabio Nanti zahlt. Es ist nicht daher gewürfelt, wie Einstein gesagt hat, oder sowas. Es steht eine unheimlich große Intelligenz dahinter, die wir vorbewerben haben. Aber nicht kirchlich gesehen oder sowas. Das ist komplett selbst. Ja, Kirche ist drin, eingebete drauf. Moschee ist auch drin. Es gibt keinen Unterschied. Ich habe mich mit vielen Religionen auseinandergesetzt, die führen alle zum selben Ziel. Ja, wenn man das mit dem Herz sieht. Ja. Vielleicht darf ich noch etwas sagen zum Friedensgefahren. Darf ich noch eine Frage? Ja, ja, ist schon gut. Darf ich schnell etwas sagen, weil es passt so sehr zusammen. Wir sind ja hier auch, um eine Mission zu gewähren. Du hast gestern gesagt, zuerst lacht man über uns, oder? Ja. Dann bekämpft man uns und am Schluss... Siegen wir. Ja, Gondel. Oder der, als der Zweite Weltkrieg war, war der Masahisegoy ein simpler Fabriksarbeiter, so entsetzt, als die Bomben kamen, dass er gebetet hat, dass er etwas ändern kann auf dieser Welt. Er hat viel intensiv meditiert und dann kam das Gebet, möge Friede sein auf Erden. Und dann hat er angefangen, so eine International Prayer Society zu gründen und die kommen wirklich zusammen, die Menschen und beten und halten für jedes Land eine Flagge auf und beten für die ganze Welt, oder? Und das passt jetzt wieder. Hier haben wir wieder eine Vision, einen Anfang und große Früchte dürfen kommen. Ich bin natürlich so glücklich in Dachos. Ich war eine richtige Einheimische, eine waschechte Walserin. Und vorhin hat Maya zu mir gesagt, das Wichtigste ist, nicht aufzugehen. Graublinge, oder? Und sie glaubt an unsere Vision, oder? Sie glaubt an den Frieden. Sie glaubt und hat uns daher diese zwei großartige Geschäfte geschenkt. Einen Applaus an die Ladina. Entschuldigung, die zwei Sachen kann man nicht, sie sind ähnlich, aber wie ist das Gerät, das da erfunden ist, ist die Fußball Liga C und das ist Liga über A. Das ist das Höchste in der Stille, wo es wirklich schafft, weil die Gebete, wenn sie mit falschen Gefühlen vernichtigt sind, ist nicht gut gemachtes Wort, das kennen Sie auch, oder? Und das ist etwas, wo nicht mit Gefühlen, nicht mit Gebete, das schafft aus der 95-fangstofflichen Ebene für alle. Und das ist absolute, mega, giga, geniale Sache. Und das muss man differenzieren. Zum Verstehen, was das ist. Ja, das ist so. Ja, genau. Und Abdelaziz hat Tesla, Harami, alle einbezogen. Das braucht eine schamanische, nicht nur eine schamanische, aber eine Erleuchtung. Und die Erleuchtung kommt von oben. Und das ist absolut eine geniale Sache, die ich wiederhole. Weil viele nicht, nur noch nicht das Gefühl bekommen haben, was das, wie gross die Sache ist. Wir schauen zu euch. Wir schauen zu Heinz. Darf ich dir noch die Hand schütteln? Dass Sie sich für etwas Positives einsetzen, weil wir haben ja Wohlwoll oder zwei Lettere auf Bildmärkte in Davos unterstützt wird. Das heißt, der Mut hat sich heute in diesem Sinn. Das zoll ich Ihnen nicht gröscht mehr. Das ist schon eine positive Politik. Also ich bin ja vorher nur schon froh gewesen, dass er nicht gesagt hat, als er gesagt hat, die Politiker fühlen sich heute auch, oder wie haben Sie gesagt, fühlen sich heute auch Schamgefühl, wenn Sie etwas Falsches sagen. Ich bin froh, dass ich das nicht auf Davos gesagt habe, denn bei uns ist es noch nicht ganz so schlimm. Ich bin froh, dass wir den Nobelpreis haben, der auch nicht geschaffen worden ist. Wir haben vergessen, den Lügen im Nobelpreis zu schaffen. Das ist nicht der Politiker sicher. Ich bin froh. Es gibt aber immer noch zu wenig Material. Zu wenig Material, um das zu schaffen. Es gibt doch die Theorie von der Rechtsdrehung, oder? Ich habe jetzt da gesehen, dass das eigentlich mit dem Wasser auf die linke Seite dreht. Was passiert, wenn man jetzt das auf die andere Seite dreht? Was würde da passieren? Das Spirituelle geht weg, weil wenn ich rechts drehe, man muss so wie ein Gorgens hier rechts, ich gebe Energie rein. Wenn ich links drehe, das heißt, ich lasse die Energie außenrum, wenn ihr merkt, die Spirale endet hier und die wird gespeist von der Richtung einfach, damit dieser Strom einfach das produziert wird im sehr, sehr feinlichen Bereich einfach, in die Spirale reingeht einfach. Mekka, wenn man da hingeht, die Leute drehen auch links rum einfach, damit die Verbindung kommt, an diesem schwarzen Stein. Und die Sufis, wenn sie drehen... Bei den sieben Tibetern dreht man auf die rechte Seite. Ja, weil die sieben sind. Weil die sieben sind? Naja, die Tibeter, die sind viel weiter. Das Wissen ist... Was kann man sagen... Kann man nicht einfach mit Wörtern erklären. Ja, es gibt die fünf Tibeter zum Beispiel. Wenn man das macht, das ist ein sehr schöner Buch. Als ich recherchiert habe, habe ich gesagt, das ist ungefähr wie das Beten von den anderen. Das heißt, es gibt ein tiefer Sinn, die verloren gegangen ist. Ja. Agnihotra zum Beispiel habe ich recherchiert. Und dann, kann mich ausgestaunen nicht, damals, man hat Agnihotra vorher gemacht, um die Energie auch zu fangen, in den Tudeln misst mit Reis. Diese Asche, die ist sehr wertvoll. Ja. Aber das weiß ich. Die haben gesagt, wir müssen was umfangen. Es muss Blut reinfließen. Ja. Statt I. Statt Guter. Dann hat man Kinder geoffert, hat man Menschen, hat man bis heute. Heute ist, zufälligerweise, die größte Schlachter, wie sagt man fest, bei den Muslimen, Menschen und Millionen, das ist Leid, die schlachten auch so, weil Abraham und das und so, ich weiß ja gar nicht. Wenn man mich fragt, wirst du machen mit daran? Ich antworte immer, ich bin Vegetarier. Warum? Ich esse kein Lamm. Lamm essen bedeutet, ist Lamm. Aha. Okay. Ja, ja. Ja, danke. Okay. Okay. Das ist sehr geil. Ja, das ist absolut. Also ich möchte mich bedanken, dass du da erfunden hast. Für denjenigen, wo das... Ist alles intuitiv. Ja, das ist gut. Erläutig. Es ist wirklich intuitiv. Ich bin Diplom Informatiker, bin schlicht Intelligenz gemacht, habe viel Geld verdient. Ich habe bei VW als Projektleiter gearbeitet und irgendwann mal durch ein Unfall in der Wüste, habe ich alles in Frage gestellt. Und dann war ich in Indien auf der Suche, was ist Tränen, was ist das Leben, wozu bin ich hier. Aber die Mutter hat auch eine schlichtige Rolle gespielt. Ja, ja, Schaman ist sicher. Sie ist jetzt gestorben seit einigen Jahren, aber die hat nichts gesagt. Und man bedenkt, Ganti, den Salzmarsch und wie man ihn behandelt hat, das ist eine neue Form von Friedensmarsch. Und die Generalität ist, dass man nichts sieht, oder man spürt, wenn sie die eigene Spürung spürt, aber die Föderarbeit ist absolut eine gewandene Sicht. Der Gandhi konnte zu der Zeit sein Arbeiten nur mit England in Indien machen, diese Philosophie. Ich kann das mitmachen. Ja. Ja. Eine andere Zeit. Was ist deine Vision? Weißt du, wie viele solche Anlagen braucht die ganze Welt? Also die großen Anlagen hatte ich damals nach einer Theorie von St. Lobel Schering, also über die letzten 200 Anlagen, über die ganze Erde. Ich habe jetzt 60, also Paraguay, Brasilien, das heißt, Bolivien, Afrika, in Mongolein. Das hat nicht geheigt, weil diese Anlagen kriegt nicht jeder, die großen. Das heißt, die Leute mischen. Ich habe das erste Mal hier gesagt, die Chemie stimmt und die Anlage kommt einfach zu gehen her. Die kleinen, die werden von den großen gespeist und die machen sich auch dann in ihrer Wirkung, dann verbreiten sie die Energie, kriegt jeder andere. Jeder hat das Recht, um es zu erwerben, für seinen Garten oder für irgendwo. Also der Wirkungskreis später 180 Kilometer und die große Wirkungsumfang 500 Kilometer. Es breitet sich immer mehr und wird immer stärker, weil es eine fällt hier von der Numpunkenergie ein. Von der Leere. Ein Stärkeres gibt es nicht. Also das wird nicht gezielt, nicht verzeiht. Ja, ja. Es wird immer stärker. Es wird immer stärker. Ohne Benzin, ohne... Das ist regelmäßig. Je mehr wir davon verbrauchen, desto größer wird es. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, die Implosionstechnik, nämlich das, an Schauberger, und es gibt die Explosionstechnik, unsere Autos, Motoren, unser Leben, wie wir es sich miteinander machen, ist alles falsch und explosiv. Wenn wir durch Meditation, durch innere Schau, durch in Sicht einkommen, man muss sich so vorstellen, Implosion, wie eine Badwanne, voll Wasser, ich stehe den Stützel, dann habe ich langsam am Rand bewegendes Wasser und es geht immer schneller im Zentrum. Ja. Unsere Technik Explosiv ist das Gegenteil. Wenn wir ein Rad nehmen, wir haben außen sehr schnell und im Zentrum Null, wo das Radlager ist. Ja, wir haben verbrauchen wir immer und wir müssen immer Energie dazu. Hier, es ist das Gegenteil. Wir produzieren Energie, wenn wir verbrauchen sozusagen. Und das ist die Spirale in den Galaxien, überall findet man dieses Prinzip. Nur wir kommen nicht sehr. Und es gibt Techniken, die so funktionieren. Tesla ist darauf gekommen. Absolut, eine geniale Person. Der Mensch hat sich in eine fünfundprozentige Trinkstofflichkeit verloren. Ja. Und es ist Zeit, dass er die 95% Trinkstofflichkeit entliegt. Ja, ja. Und das ist der Anfang davon. Jetzt mal, wenn ich im Flugzeug sitze, habe ich das Gefühl, ich bin ein Dinosaurier. In die Technik. Ja. Das ist wirklich so, oder? Das hat uns auch früher gegeben. Großartige Entwicklung. Die sind hier, wo wir längstens unten sind. Alles Liebe. Und großartige Lavine, für das, was du hier in Davos erschaffen hast. Und solche Leute nach Davos bringen. Also mit grösstem Respekt. Werte. Ganz großen Applaus. Ich hatte schon als Kind den Wunsch, als ich fünf Jahre alt war, habe ich immer so Stückchen gemacht mit Moos und Blumen. Und vor allem die Leute von seiner Liebe durchs Verbund. Ich möchte dich heute noch. Über 50 Jahre später. Der Wunsch, etwas zu tun, oder? Und die letzten Jahre waren ein bisschen hart, weil ich immer gedacht habe, das passiert wenig, oder? Barbara kennt mich seit Jahren und Jahren. Und jetzt dieses Jahr habe ich das Gefühl, wow, jetzt ist eine Explosion passiert. Jetzt passiert das Wunder, worauf ich schon so lange warte. Und ich habe euch gestern den Film gezeigt von Indien, oder? Wo ich da hingehe. Ich gehe ja nach Chennai. In diese unglaubliche Tempelanlage. Wo 8.000, 9.000 Menschen für Weltfrieden beten und meditieren. Unglaublich, oder? Und diese Lehrerin, die möchte ich natürlich auch als Welt nach Davos bringen. Also eine andere Vision. Solche Menschen, die wirklich etwas machen. Und das ist fantastisch, wenn wir die Anlage haben. Und wir müssen auch was tun, oder? Wir müssen, was wir gestern gemacht haben im Tanzen, oder in meinem Teil. Wir müssen auch die Herzen füreinander öffnen. Und aufhören zu kritisieren, zu bringen, oder? Das kann uns sehr helfen. Aber wir sind die Menschen, oder? Wir sind die Parallel für das Göttliche. Was wichtig ist, wenn wir sagen, ist, wir müssen endlich einmal verstehen, dass der Name Gott missbraucht wurde. Von den Dokumenten, von den Religionen. Wir sollten den Gott aller Götter ansprechen. Wo nicht dogmatisiert, oder von den Religionen missbraucht wurde, von uns zu stabilisieren. Dann sind wir am richtigen Punkt. Das ist vielleicht zu weit gegriffen. Aber ich studiere darüber, und dann lebe ich die Wahrheit kennen. Darf ich noch etwas fragen? Du hast vom Helikopterabsturz erzählt, und dass du alles intuitiv machst, aber du bist ja Ingenieur. Wie gehst du dann vor, dass das fliesst, dass so etwas entsteht? Ich kann das nennen, ein Tanzzustand, wo das Denken aufrührt. Das erlebe ich beim Zeichnen, ich zeichne auch, oder beim Schreiben. Und ich erlebe das auch intensiv. Ich koche, ich koche auch. Ich bin nicht derjenige. Ich gucke nicht nach Rezepten, wenn ich koche. Ich kreiere immer etwas Neues. Und es schmeckt immer etwas aus. Aber sobald ich ein Rezept in die Hand habe, dann werden wir es. Du musst doch gut erwähnen. Du musst doch Goethe erwähnen. Ach so, er will, dass ich Goethe erwähne, das mit dem Denken zu tun hat. Goethe hat damals, ich muss die Geschichte erzählen, Frau Dr. Schmidt im Goethe-Institut zurück. Ich hatte mein Stipendium nicht erhalten. Da saß ein Ägypter neben mir. Der hatte Bücher. Ich hatte die Bücher, die ich habe bekommen, aus einem Land, wo wir Koran ausländisch lernen werden. Wir haben so ein fotografisches Gedächtnis entwickelt. Als Kinder. Und dann habe ich immer die Lektion da mir angeguckt. Und dann habe ich sie eingeprägt und sagte, Herr Abgeordneter, das lesen Sie jetzt. Guten Tag, Herr Hartmann, guten Tag, Herr Schmidt. Wo waren Sie? Ich war gestern bei Ihnen. Sie waren nicht zu Hause. Und dann sagte sie, stopp. Da hat sie bemerkt, dass ich kein Buch hatte. Und einmal hat sie an der Waffen gedacht. Damals war ich diese Dativ-Akkusativ und so. Die hat mich immer dann angewandt, mich ein bisschen zu ärgern. Geben Sie mir einen Satz mit Kaffee als Akkusativ und Zucker als Dativ. Heute früh habe ich einen Kaffee getrunken. Wo bleibt Zucker als Dativ? Ich nehme schon den Kaffee. Ja, ja. So war es ja. Dann einmal hat sie gesagt, die deutsche Sprache ist eine besondere Sprache. Man kann mit einem Wort etwas machen. Dann hat sie etwas, ein Gedicht und da hinten Goethe. Und dann hat sie das gelesen, hat sie ab und zu mal sich vertrat und so. Dann hat sie das abgewischt. Und dann, wir haben geredet und sie wollte nicht noch in irgendwas reinnehmen. Sie mochte mich, weil ich war ein bisschen anders. Dann habe ich gesagt, vorhin haben sie etwas geschrieben. Irgendwie passt das nicht dahin. Ah, will ich jetzt nicht schreiben nochmal. Das ist sehr schwierig. Dann habe ich gesagt, ja, ja. Ich sage es Ihnen und dann können Sie sehen, ob es richtig ist, wenn ich es aufgenommen habe. Dann habe ich gesagt, denken nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Wenn du denkst zu denken, dann denkst du nur gedacht zu haben. Ich habe mal ein Video gesehen, wo du da gebadet hast drin im Wasser, in diesem Becken. Das Wasser ist wirklich, das habe ich in Dubai damals bei den Emiratis, da habe ich ein Becken gebaut und die waren skeptisch. Und Bernd Senf und so, wenn man die Ledger sieht, sagt die Geräte nicht reinpassen. Aber irgendwann Geräte funktionieren anders. Man kann die anpassen. Und man kann sogar in dem Wasser baden, weil das Wasser hat den vierten Agrarpfen zuschneiden. Das heißt, man bewegt eins, wo man reingeht und erquickt eins. Und das habe ich dann gezeigt. Und deshalb bin ich reingegangen. Das Wasser wird dann türkis. Das leuchtet. Ja, ja. Das sieht man da auch. In Iran habe ich auch eine Anlage gebaut. Da war eine Frau dabei, die neun Jahre verheiratet war, kein Kind bekommen. Und die kann dann schüchtern und sagt, will ich drin baden? Werde ich dann wieder die Fertilität, bekomme ich Kinder? Da habe ich gesagt, natürlich, probieren wir drüber studieren. Und dann sagt ihr Mann, wie ist das, wenn ich einen Jungen haben will oder ein Mädchen? Da habe ich gesagt, ja, versuch mal rechts zu schwimmen und links, vielleicht kann es was sein. Ein Jahr oder zwei Jahre später fängt die Botschaft mich schwanger und er hat wirklich ein Kind bekommen. Und jetzt gehen die Leute auch frei. Ja, wir werden experimentieren. Ich denke da, wie die Franzosen sagen, nicht das Denken agiert, sondern die Seele. Und die Seele nennt man Lame. Auf Französisch. Und wenn sie agiert, sagt man agiert. Lame agiert. Das heißt, die Leute, die da vorbeikommen, werden als Magier weitergehen. Als Goethe. Also da kann man in Noten aufstehen und ein Glas aufstehen? Das habe ich nicht gemacht. Vielleicht anfangen ein bisschen. Weil das Wasser hier ist jetzt in einem Kreisland. Ja. Aber große Anlagen, es gibt Leute, die hier angezündet werden. Und im Wohle von allen einfach. Dass jeder davon profitiert. Mensch, Tier, Natur. Und ich bedanke mich auch in allem. Und jeder, es geht weiter im Kreis, sagte Danke einfach. Danke. 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 Und das Wort ist jetzt bei dir, Maya. Sag uns, was du fühlst. Irgendwas. Wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen deine Stimme hören. Vorhin hast du dich nicht getraut. Einfach, einfach etwas sagen. Nichts denken, nichts denken. Ja, also ich bin jetzt mal sehr, sehr dankbar dir oder Ihnen und der Ladina und der Bea. Das ist eigentlich schon mal das Allerwichtigste. Und ich bin sehr glücklich, dass ich eine Anlage spende, auch für die Schweiz und für diesen wichtigen Platz. Und vielleicht gibt es noch weitere Plätze. Das ist mir ein riesiges Anliegen. Und ich hoffe natürlich persönlich auch, dass ich, wenn ich so eine Anlage bei mir dann habe, eine kleine, dass ich bei mir noch Heilung geschehen darf. Ich spüre die Energie sehr gut. Ich weiss im Moment selber nicht genau, wo es bei mir blockiert. Aber ich bin mal gespannt, was es mit mir macht. Aber ich bin sehr berührt und sehr dankbar, dass dies so sein darf jetzt mit dieser wunderbaren Sperrenharmonie-Anlage oder Anlagen für die Schweiz. Ich bin sehr glücklich. Danke. Es ist Zeit. Einerseits, weil die letzten 500 Jahre gab es keinen Krieg in der Schweiz. Andererseits haben wir überall Kristalle. Zum Glück wissen die Leute nicht, wo sie sind. Sonst wären sie draußen. Und ich glaube, wir haben eine freudvolle Pflicht, unsere Fülle, unsere Liebe zu teilen. Man muss nicht, aber man darf. Seht ihr das auch so? Wir wohnen absolut im Paradies, oder? Unsere Kinder können in die Schule. Wir haben alle genug zu essen. Wir haben einen Beruf, wenn wir wollen. Das ist ein absolutes Privileg. Die Schweiz ist natürlich das Tor in die Freiheit, in den Frieden. Darum möchte ich so gerne ein eigenes Bundesamt für Frieden für die Schweiz. Das Ministerpräsidenten können umändern. Hier? Das Ministerpräsidenten können umändern. Wir haben dann im Jahre 16 die Cécile Cassini hier. Damals war sie die Ho-Präsidentin der integralen Politik Schweiz. Und die hat einen wunderbaren Vortrag gehalten. Die Schweiz, ein Leuchtturm für Frieden. Ihr könnt diesen Vortrag noch in unserem Archiv anschauen. Nicht vergessen, dass wir den 700 Jahren Ziegels für die Schweiz übertreten haben. Und dass wir in dieser Phase doppelt so viel Mühe im Licht oder im Positiven von Herzen geben müssen. Mehr Schutz und mehr das Land verteidigen. Und sonst, wenn alles, was wir verloren haben, braucht es sehr viel Zeit, bis wir es zurückbekommen. Und jemand, der etwas versteht von 700 Jahren Ziegels, weiß, was für einen Einsatz es braucht. Aber jetzt haben wir die grosse, sphärische, harmonische Antenne. Und ich glaube, das ist der Wendepunkt. Inschallah. 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 Ich möchte gerne etwas machen und die Maya segnen, so wie ich das mache. Ihr könnt vielleicht hier die Hände halten. weil ich möchte wirklich, dass du gesund bist dass du deine Berufung leben kannst dass du spürst, was für ein enormer Segen du bist für diese Weltmeier sie war mit mir in Indien das Mantra, Om Namah Shivaya möge Gottes Willen geschehen Om Namah Shivaya 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 Amen. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.